Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure. Wir sind immer noch in der Pyramide drin und da werden wir wahrscheinlich auch die nächsten 20 Parts bleiben, nicht wahr, Twain? Richtig, irgendwie werden wir ganz, 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 ganz lange da bleiben. Und ja, das ist das Finale vom Ethemon-Arc, denke ich mal. Da fangen wir wirklich aus. Richtig, und danach geht's in den Miotismon-Arc. Und darauf habe ich mehr Bock. Das war ziemlich cool. Da geht's ja, bei Miotismon geht's ja auch teilweise in echte Menschenwelt, ne? Ich bin gespannt, wie die das umgesetzt haben. Ja, ich auch. Stimmt. Aber jetzt erstmal müssen wir hier herausfinden, wer uns diese E-Mails sendet. Ich freue mich aber am meisten, wenn wir Wargreymon und so bekommen. Das dauert aber noch. Ja, ich weiß, das dauert noch, aber das wird geil. Boah, das wird hart. Das wird richtig geil. Das wird hart gut. Bis dahin müssen wir uns nochmal, bis dahin müssen wir uns, das müssen wir uns aber erstmal verdienen. Richtig, das verdienen wir uns, indem wir hier Numemon verprügeln. Ja, der hat uns alles versiegelt, außer Garurumon. Ah, scheiße. Ich könnte jetzt ein Item einsetzen, aber für einen Kampf. Bonding-Kombo auch noch. Ja, dann kann er ja so machen. Tja, versiegeln bringt nichts, ne? Beim Bond... Versiegeln war nutzlos, Brudi. Ja, was gedacht war. Du Memon mit deinen schleinigen Hirn. Tschüss. Mit deinem Kacke werfen. So. Was anderes kann er doch gar nicht. Ne. Kleine Lappen, ey. Gut, da ist der nächste Schalter. Ich höre irgendwas... Drück. Ich höre irgendwas von unten. Von unten? Geh mal hier runter. Ja, ja. Es ist eine Grube, ja, nice. Monochromon. SP Boost 2. So was, Mann. Geh nochmal weg, Alter. Okay, sonst nix. Guck mal, jetzt hat er uns alles gesehen, dieser... langsame Spacken. Dieser Monochromon-Fettsack, Alter. Ne, hier müssen wir... Hier kamen wir... Ne, ne, ich guck ja. Ne, 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 ne. Da, 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 da. Weg mit dir. Ich hab's gerade gesehen, der steckt... Irgendwas unten. Also müssen wir kurz mal uns nochmal umgucken. Ein Garzimon, weißt du? Komm. Ja, lass ich ihn weg. Alter. Wozu verschwenden wir eigentlich SP die ganze Zeit? Wenn wir uns einfach so wegklatschen können. 400, ne, das ist schon echt übel. Ja, aber gut, SP an so einen eigenen Gegner verschwenden, das ist nur wirklich unnötig. Immer wieder, wenn ich da Spiel spiele, hab ich Bock, die erste Staffel von Digimon zu gucken, ne? Ja? Da unten, da, da müssen wir... Oh Gott. Oh Gott, Brudi. Und jetzt sind auch noch drei. Natürlich, immer dann, wenn ich von hinten erwischt werde, dann sind's drei. Mach bitte Prickly-Bang-Bang. Mach ich auch, wenn ich sofort sich dran bin, aber der hat gerade hier Togemon zurückgesetzt. Miku und ich sind super begeistert, wenn's drei Gegner sind. Das macht richtig Spaß. Mhm. Ich hätte gern mehr so ne, so ne, so ne Erfahrungsdinger, die, äh, die alle schon digitiert in den Kampf starten lassen. Ja, ne? Das wäre richtig geil. Ich wünschte, ich könnte mir die Dinger klonen. Ups. Naja, klonen könnten wir sie schon, aber das wollen wir nicht. Nene, also wir könnten schon richtig, richtig hart cheaten, ne? Aber, ne, ne. Ne, ne, wir wollen hier durch, so wie, so gut's halt geht. Ja, der Skill-Panel ist größer geworden. Von, 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 von Argumon. Argumon's Skill-Panel ist also größer geworden. Das ist cool. Damit können wir mehr Skills lernen. Aber hier sind viele Gards, die bewachen wohl die, die Pyramide. Oh Gott. Ach, weißt du was, Gards, jemand hat die Fresse. Ja, echt so, tüt ihn einfach. Mit dir mach ich mal hier ganz normalen Machtjob. Wart, 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 wart. Was? Das hat... Okay. Stirb! Machtjob fällt raus, Machtjob fällt raus. Ja. Yatta! Aber wir kriegen viele Items, wo wir vielleicht neue Sachen herstellen können, eventuell irgendwann. Das ist nice. So, ich hab irgendwas von oben. Und wieder hoch. Ist das euer Ernst eigentlich gerade? Ih! Das nervt ein bisschen. Hier kommen wir nicht hoch, ne, irgendwo. Ne, hier ist Sackers, okay, sehr gut. Ne, natürlich nicht, das heißt, wieder zurückgehen. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass ich jetzt war... Ja, ich wusste das. Ja, die sind hier überall, ne? Ach, deswegen zieht das hier wahrscheinlich ewig lang. Ja. Ach, nice. Ach, komm. Ich würde mir jetzt wünschen, dass wir hier mehr, ähm... AOE-Attacker hätten. Ja, wir haben uns ja jetzt immer entschieden, dass wir Togemon nur mitnehmen als AOE, als Angriff. Ja, ach, Agumon, oh. Ach, dein Ernst, Alter. Oh, ja, geil, Alter. Ja, alle. Quake und Schock. Poison-Bubbles. Und wir können jetzt keine AOE-Attacke machen, ist das nicht toll? Ja, das ist richtig nice. Mhm. Und das Tee will ja so... Ja, das Tee will ja auch nicht verschwenden. Du hast wahrscheinlich recht, deswegen dauert das Kapitel auch so lange, weil die versiegeln deiner Attacken und dann zieht sich das. Ja. Ach, komm, Gabumon. Ich reich's dir gleich dein Fell ab, Alter. So, endlich. Ja, hier sind so viele Gegner. Die werden, jedes Mal, wenn du den Raum fällst, komm, die sind hier halt wieder da, ne? Das ist halt das Problem. Wir werden Pokémonifiziert, Alter. Mhm. Damit meine ich, dass die Pokémon, äh, dass Digimon einfach fünf Meter vor dir erscheinen. Naja, eigentlich erscheinen sie wahrscheinlich schon viel früher. Nur, wir können sie nicht sehen, ne? Eben. Speicher einmal, ne? Oh, Gott. Dass wir aus dir eigenen Digimon einen Weg stehen können, das ist unfassbar. Aber es ist gleichzeitig auch echt cool, weil das halt echt real ist dann. Ja, gut, da hast auch wieder recht. So, dann will ich hier ins Loch fallen. Ja. Poison Attack und tschüss. So, mal gucken, wo wir hier rauskommen. Und wir können noch tiefer. Hui. Ja, ich weiß, dass das ein Loch ist. Und hier können wir nochmal speichern. Ja. Zweimal speichern in einem Part, Leute. Dafür müsst ihr den Daumen oben lassen. Das ist nice. Ja. Lass deinen Daumen nach oben da. Für das zweimal speichern in einem Part. So oft speichern, das muss alles mal hinbekommen. Richtig. Oh, Gott. Aber sicher ist sicher. Genug nach Likes, genug nach Likes gebettelt. Aber sicher ist Sicherheit, ne? Ja, eben. Ich möchte auch nicht 20 Mal neu spielen müssen, falls wir mal irgendwann zufällig sterben, was ich nicht glaube, aber ist halt so. Mach, mach, äh, Coconut Punch, oder? Ja, mal gucken. Kann er daneben treffen. Mal gucken, ob er trifft. Nein. Togemon. Eine Ansage an dich. Ansage an Togemon. Du Spast. Na ja, man muss halt wissen, wir wissen halt, dass die Attacke da oft daneben gehen kann. Also da haben wir schon sehr was holt. Low Hit Chance, ne? Ja, eben. Aber wenn sie... Das ist normal, wir müssen das kämpfen, das ist normal jetzt. Also da müssen wir durch. Aber wenn sie trifft, dann ist sie halt mega stark. Eben. Genau, töte erstmal das Numemon. Uh. Und auch noch Prickly Bang Bang, Alter. Hm. Mir das gefallen. Hm. Mixer auch. Hast du jetzt Prickly Bang Bang gemacht? Weiß ich auch nicht. War das schnell. Ja. Einfach schnell machen. Ja, weg damit. Komm. Nice. So, weiter geht's. So, noch wieder höher. So, das ist es, Alter. Kassemärmide, ne? Okay. Interessant. Haben wir den schon? Hä? Wir haben den... Wie? Was? Wir haben also jetzt gerade nur eine Abkürzung freigeschaltet. Cool. Ähm. Alles klar. Gut. Pyramide, verwirrend aufgebaut, labyrinthmäßig. Ja, gut. Geh ich mit. Geh ich mit. Hier dürfen sie das. Ist interessant. Ist interessant. Ich bin immer noch beeindruckt seit dem ersten Part, wie geil, dass hier alles einfach halt animiert ist, wenn man das im Vergleich zu Pokémon zieht, ne? Ja, vor allem, weil jedes... Das ist immer noch krass. Jedes Digma hat seine eigene Animation. Ja. Und das ist halt schon... Finde ich gut. Finde ich gut. Anders als zum Beispiel Fußkick oder so. Doppelkick. Doppelkick war heftig. Ja, Doppelkick. Doppelkick ist heftig, heftigste Animation. Wir müssen eigentlich nach oben, oder nicht? Wir müssen ja von der Periode Milikas unten nach oben. Ich glaube irgendwie schon, ne? Aber hier geht's oben erstmal nicht weiter. Du musst wieder zurück, glaube ich, mit der Abkürzung, oder? Wir schauen mal. Ich geh mal nochmal nach unten hier. Ich kenn mich leider nicht aus. Gibt's da keine Karte oder so? Warte mal. Weil ich bin... Ich bin verlaufen nicht ganz gerne und ich laufe nach Doppelkick, dreifach lang irgendwo den Weg. Weil ich wüsste nicht, wofür wir jetzt die Abkürzung haben. Ich auch nicht. Hier ist nur ein Loch. Weil hier die Abkürzung war das ja. Und dann geht's wieder runter. Ich... Ich... Ich google gerade. Mach das mal. Oder müssen wir vielleicht ganz nach runter. Oder müssen wir vielleicht ganz runter irgendwie. Ja, hier können wir noch weiter. Ah, okay. Gut, dann brauch ich gar nicht. Genau in die Suppe, ne? Genau in die Suppe, ne? Ja, na super. Genau in die sprotzige Suppe. Ja, Leute, durchs Kämpfen müssen wir jetzt leider durch. So ist das jetzt nun mal. Aber gut, das ist halt das Spiel. Das ist das Spiel. Ich hab ein extra Gamescom-Münze und Gamescom-Pin gekauft für mein T-Shirt, ne? Diese Münze wird mich immer daran erinnern, dass wir dieses Jahr Corona hatten. Hm. Komm, komm, schleich dich jetzt. Genau, Monokromon. Verpiss dich, Alter. Okay, hier geht's auch wieder hoch. Meine Güte, das ist alles ziemlich verwirrend. Okay. Hä? Und das hat uns jetzt was gebracht? Eine Abkürzung. Zu diesem Loch. Wir haben mehrere Löcher hier. Och, erzähl mir doch nichts. Wir klappern alle ab. Oh, was? Jetzt? It's a pit. Ja, fall in die Suppe rein. Gut, das nächste Loch würde da hinfallen. Das nächste wieder in die Suppe. Geht's an der Suppe vorbei irgendwo? Oh, was haben wir hier? Prey. Prey. Und HP Kapsel. Toll. Gut, die anderen beiden Löcher brauchst du gar nicht probieren. Du würdest halt nur einmal dann da oben runterfallen. Ja, gerade zurecht. Und einmal hier. Was für eine Zeitverschwendung. Was soll man machen, ne? Ja. Wollt ihr ja sehen schon? Äh, es geht auch von Part zu Part werden die auch müder. Weil wir nehmen immer relativ abends auf und wir unterhalten uns auch noch gerne nochmal. Also entschuldige ich das. Es ist halt nur so, wenn halt nur sowas wie jetzt passiert. Wir müssen halt jetzt durch das Labyrinth, das hat jetzt nichts Mutes tun. Das wäre auch total anstrengend, wenn man es jetzt nicht abends machen würde. Ja, gut, das stimmt. Weil es ist halt anstrengend, weil es passiert halt einfach nichts, wenn wir jetzt durchlaufen. So, und das ist für einen, äh, LP halt sehr kontraproduktiv, wenn halt nichts passiert. Also, du sagst, hier in Löchern ist jetzt gar nichts. Ne, du würdest ja nur wieder runterfallen und einer dieser Löcher ist halt ohne die Suppe. Das wäre das hier vorne. Das stimmt. Aber irgendeinen Schalter müssen wir noch drücken, weil hier oben ist eine Wand, da kannst du bestimmt durch. Sicherlich. Hier geht es auch noch weiter. Und hier würdest du ja auch nur in eine Suppe fallen. Hier geht es noch weiter. Ah, sieh mal eine an. Interessant. Oh, Argumon, Alter. Ja, Argumon ist mal ganz ziemlich nervig. Geh mal mit deinen dicken Füßen aus dem Weg. Monocro. Oh, natürlich. Oh, nein. Das Ding ist einfach so ein, so ein, so ein großes Vieh. Das ist immer noch so der übelste Tank. Da können wir nicht einfach versuchen, wegzulaufen. Ne. Ich nehme schon die Erfahrung mit. Okay. So tanky ist er gar nicht mehr. Er müsste halt das Beste rausholen, was geht. Um den ganz schnell umzubringen, ne? Natürlich würde ich mit dem Koko so das Punch wahrscheinlich am meisten Schaden machen, aber der muss halt auch etwas mehr treffen. Ja, eben. Ja, kein Feuerschwein. Krass. Alter, ist der Angriff neu? Scheint so. Guck mal, selbst alte Digimon kriegen hier noch neue Animationen und Attacken. Äh. Wie gut dieses Spiel halt einfach ist. Scharfer Zar. Auch wenn die Dungeons, auch wenn die Dungeons sehr generisch sind, aber dafür ist das Spiel halt wirklich gut. Oh. Sind wir ja angekommen. Hier. Ist hier nicht, äh, High Voltage oder, ähm, Hochspannung hier? Ist hier nicht Hochspannung? Ja, aber Stadtteile von dieser, von dieser Wand sind gemacht aus, äh, Daten. Ja. Ja, also sie sehen halt nur so aus, dass, äh, Starkstrom ist, aber da ist keiner drauf. Genau. Das bedeutet, der Rest von dem ist nicht, und besteht, ist nicht unter Strom gesetzt. Hm, hast du Angst, Joey? Natürlich habe ich das. Timid, ja. Soll ich mal schnell googeln, damit du weißt? Du bist, du bist viel zu, äh, vorsichtig. Wir sind doch nur Daten nach all dem. Ängstlich, ängstlich. Ja, ja genau. Du bist doch viel zu ängstlich, Joey. Wir sind doch nur, wir sind doch nur Daten nach, haben wir doch gelernt. Weißt doch. Tai! So, sei leise, wir werden doch erwischt. So, wo ist denn der Eingang? Äh, hier. Ah, okay, los geht's. Tai hat so viel Angst. Äh, Tai hat so viel Mut. Äh, das Ding ist, er, Er denkt, er ist Daten, aber das, aber, er merkt, er weiß halt nicht, dass wenn er hier in der digitalen Welt stirbt, dass er auch echt stirbt, ne? Jupp. Das lernt er hoffentlich noch. Ja, das Gute ist halt, Tai, Tai ist hier noch nicht so eine Heulsuse wie in Digimon Adventure Drive. Wo sind wir denn jetzt hier? Alter. Hier ist das, hier ist der, äh, das Zentrum. Das ist... Danke fürs Kommen, auserwählte Kinder. Ist das das Digimon, was uns die E-Mails gesendet hat? Korrekt. Ähm, einst kämpfte ich gegen Etymon und wurde besiegt. Du hast gegen Etymon gekämpft? Als ich verloren, nachdem ich verloren hatte, wurde ich, äh, der Leiter von Etymons Netzwerk. Äh, ich heilte mich und ohne, dass Etymon es bemerkte, ähm, konnte ich mit euch interagieren. Aber, ich brauche eure Hilfe, um mein Siegel zu zerstören. Was ist, was ist, was ist mit, was hat es mit dem Wappen auf sich? Weißt du irgendwo, weißt du irgendwas, wo sie sind? Richtig? Ich weiß, wo sie sind, richtig? Ähm, natürlich. Ich weiß viele Sachen, die Etymon nicht weiß. Verstanden. So, was sollen wir tun? Ich möchte, dass ihr diesen, äh, Hebel zieht und mein Siegel aufhebt. Elsie, hilfst du mir? Ja. Vorher, bevor wir das machen, gucken wir erstmal noch rum, ob irgendwas, irgendwas Geiles noch rumliegt. Erinnere ich mich jetzt richtig? War der nicht böse? Ja. Der war böse. Ich erinnere mich richtig, ne? Jaja, du erinnerst dich schon richtig. Keine Angst. Gucken wir mal. Okay, los geht's. Eins, zwei. Der ist auch Ultra-Level, ne? Der ist auch Ultra, soweit ich weiß, ja. Wir haben's geschafft. Eure Rolle ist abgeschlossen. Ich brauche euch nicht mehr. Was? Oh, sofort ein Kampf gegen ihn. Nice. Nano-Mon. Nano? Das könnte hart werden. Nano? Omega Flame. Ja, gut, geht doch. Ja, der ist nicht so ein Bulletsponsch wie die anderen. Der ist halt am nächsten, weil es hat mehrmals trifft. Okay, hier ist das ziemlich schwach. Ja. Aber das hat er häufig getroffen. Ja? Ja. Ja, stimmt. Bonding-Kombo. Alter, sogar ein Break reingeknallt. Krass. Man macht's ab, mal gucken, weil ich saue, wie viel Schaden das macht. Danach können wir ja nochmal versuchen, einen Coconut Punch zu machen. Ja, es bleibt sich gleich. Ja. Als einziges hier würde wohl Coconut Punch richtig reindrücken, ne? Ja, wir gucken mal, ob wir damit durchkommen. Gleich. Wir haben ja noch unsere anderen beiden Digimon, wo wir aber auch gut da klarkommen werden. Mal gucken. Ja. Vielleicht One-Hit, vielleicht aber auch nix. Bitte triff. Nein. Was macht der End? Konterfalle, du darfst nicht angreifen. Ich muss ja angreifen, was soll ich sonst machen? Verteidigen. Na gut. Wenn du es sagst. Er ist noch eine Konterfalle. Das heißt, wenn du angreifst, kontert er. Mach die ganze Zeit, das ist doch die ganze Zeit. Ach so, ja, dann greift er an. Oder hat er da oder Versuchsmarkt. Mal gucken, ob ich recht hab. Ja, klar, macht er Konter. Macht er Konter. Aber was soll man sagen? Aber wir müssen ihn kaputt machen, weil er wird das jetzt die ganze Zeit machen. Ja, er breakt ganz schön deine Hüfte, Alter. Ja. Also, liebe Furry-Freunde, ihr werdet Garurumon hinterher nicht mehr gebrauchen können. Richtig. Die Hüfte ist kaputt. Oh, war das ein Front? War das ein Front? Ich hoffe nicht. Nein, jeder kann das machen, was er will. So. Garurumon stinkt. Was tust du? Sora Biomon. Äh. Ich werde in der Lage sein, ihre... Ich werde in der Lage sein, ihre Kraft aufs volle Potenzial zu entfalten. Sora. Tai. Sie fliehen in einer versteckten Fahrt. Beeilung, wir sollten sie verfolgen. Tai, bitte warte. Wir sollten aufpassen. Wir sollten vorsichtig sein, was davon die falsche Wand ist. Wir sind doch nur Daten, oder nicht? Wenn wir failen, werden wir es einfach wieder versuchen und wieder. Tai, du denkst nicht nach. Du denkst, du denkst, das ist hier ein Spiel, weil wir ja nur aus Daten bestehen, oder? Hä? Oder nicht? Es ist dasselbe, als wenn wir auf der Erde leben würden. Wenn du hier sterbst, wirst du wirklich sterben. Was? Na, keinesfalls. Ich denke nicht, dass ich wirklich hier richtig sterbe. Tai. Der versteckte Weg ist ein Meter rechts von dir. Tai. Was tue ich? Sora ist in Gefahr. Da seid ihr ja. Ete-Mon. Ah, wie konntet ihr nur Nanomon freilassen? Ihr Bösewichte. Wir können zu diesem Zeitpunkt nicht gewinnen. Lass uns weglaufen, wir benutzen ja auch den versteckten Weg. Tai hier entlang, schnell. Ja, wartet. Sora. Sura. Sura. Gut, Leute. Da würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Richtig. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr mich nächstes Mal verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017